den mag ich hier den strand der ist nicht voll gemütlich mein bike und einkaufen gehe ich nachher auch noch ja da hängen schon tausend stück dran muss ich meins auch noch ranhängen hier bin ich auch schon mal nach helgoland gefahren mit kadamaran oder quietscht aber muss noch geölt werden ja hier habe ich meine eltern eingeladen zum hochzeitstag 25 jahre und da war ich 26 schön leider so abgelegen von mir aus gesehen alles so schön hier gemacht fußballplatz für die wedler jugend den nachwuchs und wo sitzen die kinder for the xbox for the playstation or for the switch das ist der roland da kommt ja wie gerufen kann man ein bisschen meinen reifen aufpumpen ernst baalach und da vorne titten ellido ist er da oben oder was oh eine schlange da habe ich ja ein deja vu mit früher ich stand auch immer an damals mit dem beutel für die südfrüchte stand ich immer vorm konsum und da musste ich auch 5-6 stunden warten und dann gab es nur noch eine apfelsine das waren noch zeiten aber hier gibt es schön lecker eis italienisch ich habe hier auch schon gegessen frühjahr richtig lecker ist absolut zu empfehlen mühlenteich ich habe es schon lecker wir haben wir haben